Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit random Duos, Trios und Squads. Mal gucken, wie wir treffen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Wenn euch das gefällt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Die coolsten Kandidaten, die witzigsten, lustigsten, weirdesten, asozialsten Kandidaten und auch sympathischsten, kommen auf den Main-Kanal. Könnt ihr euch unterstützen. Die Gelder, die hier Leute gewinnen können, hauen wir immer raus aus dem Credit-Code. Die drückt ihr einfach Trimax an, drückt annehmen, kommt ein Haken, fertig, hält 14 Tage, kostet euch keinen Cent. Und ein sehr, sehr geiler Support. 44.000 Unterstützer sind wir. Das ist mega. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Hallo? Hallo, mein Freund. Woher sind Sie? Können Sie hören? Kannst du dich nicht aufhören? Hallo? Moin! Schönen guten Tag. Ich habe vergessen, Spieltag zu gehen. Hm, du dummer magst. Ja. Hat nicht Gerold Steiner eben geredet? Oh Mann. Und ihr seid Controller-Spieler? Jo. Ja. Okay, Lumberjack. Ja. Max, Digga. Hier landen richtig viele. Noch nie so ein Zaunforscher. Ich habe jetzt gar nicht gehört, ich habe mich jetzt gefragt, warum ihr nicht redet. Aber es ist einfach ein Zaunforscher, egal. Ey. Ja. Hä? Er hat mir einfach alle Waffen geklaut. Mhm. Ein 30er. Ganz kurz mein Name sagen, Gerold Steiner. Halt's Maul, Mann. Junge, er streamt, ist Level 41 und heißt genau so. Nein. Was ist? Wir sind tot. Ja. Warte, ich komm. Max. Max. Okay. Ja? Ja? Ja. Ja? Ja. Pizza-Party für uns. Liegt. Nice. Für einen von euch hier noch eine Harpune. Jo. Pssst. Ja, danke. So. Jo. Ja. Gerspa? Jo. Warum redet Max nicht? Die Trio-Mates? Ja. 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 Trimax? Oha. Ja. Ja. Oha. Oii. Ihr Pizza-gun. Wir haben den besseren Ja, sind tot Die Pizza ist leer, die Pizza ist leer Oh Yes, weil jetzt liegt alles an dir Ich schieße einen nicht Jetzt wieso hast du mich geschossen Gut Wir holen mal unsere Karten und dann Machen wir eben fix Wieso redet Max nicht mehr Keine Ahnung Ich bin doch hier, moin moin Ja, der ist nicht so gesprächig Also eigentlich ist er gesprächig Ich weiß nicht Hä, die hat auch noch deine Karte Ja, muss doch Max sein wollen Warum ist diese Bedrohung auf dir so hoch Keine Ahnung Eigentlich sind da doch keine Gegner mehr, oder? Ja Max Ja Ähm Was machst du am Wochenende? Warum? Weil wir wollen ins Kino gehen Können wir machen, ne? Ja, das war Das war Das war Du, ich Äh, Jonah Und Und sonst, keine Ahnung, wer noch kommt Haben wir gestern nämlich abgeklärt Da warst du aber nicht online Ach, ihr Knechte Scheiße Hast du jetzt abgebrochen? Oh Ja, das sind wahrscheinlich Streamsniper, die jetzt kommen Äh, bist du echt jetzt Trimax? Oh, ich war auch Trimax, ey Das ist wirklich der echte, ne? Jetzt echt, oder was? Guck mal in seinen Stream Du lachst eh nur scheiße, Digga Ich schwör auf alles Sag ehrlich jetzt Ja Ja Hä? Ich dachte Du Schall weg Ja Warte, ich guck jetzt echt an Hä, was? Digga, what the fuck? Und vor allem Hä? Warum hat sich das denn so schlecht angehört? Schau Wer ist der beste Spieler von euch drein? Ähm Du Ja Halt echt Der, der grad lebt Ja Ja Also von uns dreien würde ich sagen Jesper Also Ducati Ja Ja Hey Wie geil Also willst du mit kommen, Max? Ja. Sehr gut. Welcher Film? Ähm, Uncharted. Genau, so heißt er. Kann ich immer nicht aussprechen. Is it mid count Trimax? Wo wohnt'n hier? Ähm, Hamburg, Hamburg, Hamburg. Nee, Bremen. Na nee, von Bremen. Ja. Nee, danke. Okay, schade. Wie entspannt er redet, ne? Ja, find ich voll nice. Ich komm grad irgendwie nicht drauf klar. Ich dachte, man kann gar nicht mit PC zusammen spielen. Weil, ihr habt doch nicht gecheckt, ne? Nein, ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, man kann gar nicht zusammen spielen. Warum? Ja, weiß nicht. Ich dachte, man spielt nur mit Controller-Spielern. Sind hier alle drei Controller? Ja. Ja. Das ist echt random. Ja. So Crossplay aus. Kann ich's immer schon sagen. Also, wir spielen manchmal mit nem PC-Spieler, aber... sonst... Cool. Und der ist immer ganz gut. Den lasse ich mich immer durchcarryen. Smart. Ja. Bisschen Arena. Die einzigen Punkte, die ich hole, hole ich immer mit ihm. Sehr smart, fänd ich. Mhm. Stimmt. Und warum spielt ihr zu dritt Trio mit Auffüllen random? Also, wir haben eben Trio gespielt. Ja, und da meinte Max, wir wollen, ähm... Dings, wir wollen Arena spielen. Habe ich gesagt, kann's vergessen, weil ich ja 600 Punkte habe, weil wir immer mit dem einen Typen spielen. Ja. Und, also ich hab 6-3, glaub ich, und dann kommt man ja auch mit diesen Spielern, die mehr, ähm, Dings haben rein. Kenn ich. Ich bin auch Champ, ihr habt das gleiche Problem. Ja. Und die sind halt alle drei Scheiße. Und da hab ich gesagt, nee, kannst knicken. Dann hat er gesagt, ja, lass irgendwas cooles machen in der Lobby. Und dann, äh, nicht in der Lobby, sondern normal. Und dann hab ich gesagt, ja, hä, was sollen wir denn machen? Und dann er so, ja, irgendwelche Challenges. Ich so, nee, komplett dumm. Und dann, haben wir gesagt, machen wir einfach aufhören. Okay. Ja. Und dann kommt ihr mit mir in eine Runde? Ja. Okay. Ja. Schon sehr unwahrscheinlich, oder? Ja, aber auch jetzt bisschen... Mhm. Ja. Secret Max Statement. Ja, seh ich genauso. Okay. Was soll ich denn sagen jetzt? So passiert, wie er es gesagt hat. Okay. So, Try Max, wir sehen. Gut, gut. Okay. Komplett gelootet, ne, ja. Ey, ich zitter grad komplett. Warum? Ja, weiß nicht. Weil ich kann's irgendwie komplett nicht glauben. Ich hab erst die ganze gedacht Soundboard, weil ich das komplett Scheiß angehört hat. Ja, am Anfang ehrlich. Ja, am Anfang. Oder hast du mal so ganz extra gemacht? Ja, am Anfang. Wie redest du das extra gemacht? Ja, aber wie redest du das extra gemacht? Ja, aber wie redest du das extra gemacht? Sind wir nur einzeln geredet? Ja, ihr redet jetzt auch grad nur einzeln. Ja, ich mein jetzt... ach egal, egal. Causing. Er meint, er meint nur so in so Wörtern halt immer nur so ein Wort oder so. Oder halt dann... Oh, Wolfsfeld, Scheiße. So, dann macht euch mal alle schnell auf 100 Schild. Jo. Ich hab dein Bücher gedroppt, ne? Kann dir... Ach sein... äh... Primax? Ja? Warst du super wohlgeguckt? Ja? Wie fandest du's? Ich fand die Halbzeit-Show geil. Ja, fand ich auch geil. Aber viele meinten irgendwie, die fanden die komplett scheiße. Echt? Ja, weiß nicht. Ich war mit ein paar Kumpels am gucken. Und dann meinten die so, das war ja so scheiße. Und die andere Hälfte meinte, das war übel geil. Und ich fand das auch wirklich geil. Geil mit Überraschungsgasten und alles, welche Ikonen am Start waren. Das kann nur geil sein. Ja. Was wollen die denn sehen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was die sich ausfanden. Aus den letzten Jahren fand ich das die geilste Halftime-Show. Ja. Ja. Die meinten irgendwie, dass... äh... Die fanden die 2019 oder so, fanden die die geil, meinten die. Ich weiß gar nicht, wer da das war. Spider-Man ist bei mir. Das sind halt richtige Mistwaffen, ne? Ja, jetzt kannst du dir nicht vorstellen, wie schlecht die runde Pisse ist. Ich hab hier noch, hier ist noch eine grüne Shotgun. Okay, nice. Hier wird man noch ein Pickstelle für jemanden. Und noch Minis hier zum Mitnehmen. Ach, hier. Ja, mit den Minis. Und wir sind Gegner? Das Ding ist halt auch, ich spiele jeden Tag fast Fortnite. Und ich bin so scheiße, das kann man sich eigentlich nicht ausmalen. Ausmalen? Ausdenken. Das... Problem... Kannte ich jahrelang. Ja. Ich hab heute noch das Miki... Video gesehen von dir gegen Miki. Äh... 1 gegen 1 oder was? Ja. Hier brennt alles! Oh no. Wo sind die Gegner? Oh mein Gott. Komplett wird doch nicht geballert. Mit Stumpet. Bei mir. Hier. Hier sind noch mehr Gegner. Zwei Teams? Hier kommen ganz viele. Alles voll. Ich glaub jetzt sind das Team. Im Busch alles voll. Alles voll. Oh mein Gott. So hat nicht mit Holz zu bauen. Die haben irgendwas vorher, glaub ich. Ja, die haben selbst diese Kanone. Ja, ich wünsch ihnen, wir würden mit Geld spielen. Ja, Max. Dann hätten wir noch ne Chance auf den Sieg. Ich hab'n... Ich hab'n epischen Granat. Ich hab'n... Komm' mal rein. Könnt ihr hier mal Minis nehmen, bisschen? Ja. Nimm mich. Komm' auf. Gib' mal einen. Kann ich den nicht nehmen, irgendwie? Trinken. Ja. Oh, Digga. Nee, Minis jetzt. Ja, mach ich. Hast du irgendwie Spray oder so? Ja, geil. Ja, Leute, das sieht nicht gut aus. Nee, das stimmt. Ach, komm. Ach, komm. Ich bin ja hier. Was machen wir? Ich hiel' dich währenddessen. Hab'n Vorschlag? Nee, ich hab' keinen Vorschlag. Nuh. Ich hab' auch keinen Vorschlag. Lade. Einer ist gesniped. Ich hab' auch gar keine Moon, ne? Also, ich hab'... Oh, keine Moon. Ich hab' ein bisschen AR Moon, bitte. Ja, Rockets hab' ich hier. Komm her. Das liegt. Ja, AR-Armood. Die ihm jetzt war. Ja. Super. Ja, geh mal... Ja. Siegt ja, ja. Keiner mehr Rockets sonst noch? Ähm... Nee, tatsächlich nicht. Cool. Oh, guck mal. Sieben Stück. Cool. Cool. Ja, lauf' weg hier. Ja, hör' auf zu... Yo. Wo wollen wir hin? Markier mal oder so? Erstmal, du bist weit weg. Boah, die sprayen auf euch, ne? Scheiße. Ich flatter' in den Sturm. Ich flatter' in den Sturm. Digga, sowas hab' ich noch nie gehabt. Ist das hier jetzt nur wegen Stream, oder? Digga, was sprayen die denn so, hä? Das sind keine Stream-Sniper mehr. Sehr gut. Ah, ne, die kommen jetzt. Scheiße. Doch nicht, die sollen doch nicht kommen. Die sollen ganz dringend wieder abhauen. Die kommen mal hoch, ich soll. Oh Gott, ey! Die snipen mit Kraft. Was ist los, jetzt mal? Ja, ich konnte nur fighten die ganze Zeit. Also, nicht nur fighten. Das ist scheiße. Das sieht richtig scheiße hier aus, gerade. Ähm, brauchst du hier mal ein Mini oder so? Ja. Ich auch. Na ja, Max. Ich hab' jetzt zwei gedroppt. Ich brauch' nur einen. Ja, okay, gut. Ja. Warte. Ey, kommt der Sturm jetzt etwa zu uns? Dann raste ich aber aus. Ist das Ray oder sowas? Ja, dann können wir aber damit wegfliegen. So, eigentlich ganz frei. Wohin denn? Wir sind doch schon im Sturm. Äh, ja, wutsch. Ja. Ich bin auch voraus zu teilen. Äh, Norden sind noch Gegner. Ey, ich hör' hier gar nichts. Ich hör' gar nichts. Der Sturm ist nicht zu viel. Ich hör' gar nichts. Ich hör' gar nicht zu laut, ihr. Ey. Hat er noch Schild für mich? Ähm, ja, ich hätt' ein Mini Schild. Komm mal zu dir. Ich mag das hier oben nicht mit dem Sturm. Oh, nehm' mir, nehm' mir. Nehm' euch. Oh, ich hab' gar keine Mets mehr. Ich kann gar nichts bauen. Scheiße. Den habt ihr, da ist nur einer glaube ich. Auch nichts mehr, auch nichts mehr. Oh, ihre Scheiße. Komm mal, ich bin der Scheiße. Ich bin der Flau'n. Ich schoß zu euch. Hab einen. Oh, hier kommen Gegner auf uns. Keine Zeit für Gegner. Gegner auf, ihr braucht Hilfe. Ja. Schnelle Hilfe jetzt. Oh, ich bin eingebobbt. Und der Fass. Ich habe ein Cut-Gun. Scheiße. Das war's schon. Nee. Ich habe nichts zum Bauen. Max, kannst du was poppen? So bist du. Hier kommen noch mehr Gegner. Jetzt kommen die ganzen Spider-Man. Oh, er ist neben dir. Du hast dich auf den Schultern. Stark, stabile Rettungsaktion. Gut, gut. Ja. Mal hier unter. Ich versuch mal hier ein bisschen was. Wir sind nicht schlecht. Jetzt müsst ihr immer richtig was reißen. Wenn ich heal. Es geht meistens durch. Ist ganz nice. Ist so ein Side-Effect. Bei mir. Was für eine Lobby habt ihr mich hier reingebracht, bitte? Wieso leben noch 15 Spieler? Ja, das ist ein bisschen PS4-Lobby. Das sind PS4-Lobby. Oh Gott. Nee, also manchmal ist das echt so. Aber meistens ist es ganz entspannt. Also meistens ist es aber eigentlich nicht so. Hast du ein bisschen Metz für mich? 200 holst du dann noch. Ja, ich habe gar nichts. Aber egal. Ich gehe jetzt irgendwie hin. Ich verstecke mich einfach hier unten. Sehr gut. Ich habe einen unter mir gegeben. Ja. Habe ihr noch Heal? Ähm, ich hätte noch ein Mini. Den könnte ich hier geben. Nee, habe ich dann auch nicht. Dann bin ich out. Oder auf Spiel. Habe ich hier mal eben hingelegt. Ja, den kann ich nehmen. Uh. Mir ist ja richtig kalt irgendwie. Oha, oha. Das war's schon wieder. Ja, warte. Wir schauen wieder. Ach so, das ist krass. Wieso schießt ihr auf, wieso schießt ihr auf euch? Ähm, das ist so. Für ein 1hp. Hab ein, hab ein, hab ein. Hab zwei. Jetzt war. Hey, what the fuck? Super. Richtig geil. Ja, jetzt war es on fire, der Fick. So. Ich bin One-Shot ganz dolle. Hatten die hier oder so? Nee, ne? Nee, die hatten glaube ich gar nichts. Gut, erzählen mich ja. Ich will genau was. Ja, bitte. Ey, vor uns hier der Gegner. Man hat One-Shot. Ja, ich nicht. Aber ich glaube gleich bin ich One-Shot. Lass mal hier reinlasern. Oder? Können wir eben hier. Brrrrrr. Da habt ihr einen Hit. Noch einen Hit auf. Fuck die Welt. Mach mal hin. Oh, Granatwerfer. Nice. Hab einen richtig dicken Hit abbekommen. Oh ja, hier schön drinne feilen. Komm rein. Nice. Ey, das sind noch Lebenswitz. Wieder Gegner? Ey, das ist ja richtig geil hier. Kranke Runde, Mann. Ich hab null Kills, glaub ich. Ja, Metz, Metz, Metz. Alter, ich hab null Kills. Komm rein, komm rein hier. In der Box. Ich hab auch jetzt Metz. Ich hab drin vieles. Oh, 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 ich snipen. Wie sau. Ja, wir müssen hier ein bisschen... Hat jemand irgendeine Heilung? Mir gibt's gar nicht gut. Ähm... Drei Minutes gedroppt. Ne, aber hier ist ein bisschen Metz. Bisschen Metz hinter dir. Metz hab ich gut. Metz hab ich gut. Ach okay. Ich hab mal einen Pumpgun. Für mich? Ich hab 150 Schuss. Ja, könnts ein bisschen was trocken, du? Liegt. Ja, danke, danke. Komm, komm das denn raus. Ich komm hier raus. Ich komm hier raus. Okay. Okay. Das mag ich ja nicht gestorben. Ich hab hier einbauen können. Ich hab hier einbauen können. Gar nicht denbauen. Heilung. Wo bist du denn hin? Ah, da hinten. Ähm. Oh, ich hab einen. Einfach getötet. Sehr gut. Sehr gut. Ich push den jetzt. Ja, mach das mal. Wir kommen mit. Wo gehst du hin? Zu denen? Puschen? Ja, eben gucken. Eben fix. Eben sehen. Oh, das war nice. So. Komm mal hier hoch. Heilung ist immer geil. So. Ups, das war ja... Oh. Hier geht da. Hier vor uns. Oh. Das ist das einzige Trio. Das ist gut. Das muss ich jetzt holen. Boah, das wäre nicht zu geil. Ich hätte wirklich Bock auf ihn. Das ist ich. Der Wind würde schmecken. Lass ihn mal aus dem Heiko da reinballern. Ich hab hier einen Granatwerfer. Ja, baller mal rein. Ja, hier unten reinballern. Hier so, glaub ich. Da so gegen. Ne, der verpackt. Nächster Schuss. Oh, verpackt. Das war jetzt keine Rockets mehr. Oh, vielleicht fallen wir runter. Ach so, hier kommen die Gegner. Oh, der ist one shot. Ah, ich auch. Hab einen. Hab einen. Hab einen. Toast. Finish. Instant. Noch zwei Leute. Zwei Leute noch. Es ist ein Zweier Team Max. Keiner heilt sich unter. Habt ihr noch Rockets? Ne, ne? Ja. Ja, hab ich zwölf Stück. Zwölf Stück. Alter, zwölf ist doch mal ne Mardenname. Ja, hier. Ja, alles. Ja, gut. Egal. Lass mich da mal runterschießen hier. Ja, mach mal. Die sind hier unten, Trimax. Ja, da sollen sie gut sein. Wie kommen die? Oh, Double Kill! Holy Shit! Was war das? Max, Schutz? Ja? Der Kerl hat gesagt, wir wollen eine kleine We-Party machen. Nach dem Kino. Ist das nicht ne gute Ansage? Ja, krass. Ich will den Sieg mit Trimax holen. Alter, mein Maul. Okay. Was habt ihr für Kills? Ich hab sechs und vier Assists. Ich hab euch gecarried. Ich hab zwei Kills. Warte, ich kann ihn nachgucken. Also, Rafa hat fünf, Wax hat zwei, ich hab einen und du hast sechs. Das ist stabil, ey. Da habt ihr euch als Trio mal schön von mir durchcarrying lassen. War doch geil. PlayStation. Schocken anders. Ja, es ist stabil. Es sieht nichts besseres als 25 flüssige FPS. Das ist geil. Ja, es ist das Beste. Mega. Ey, ich wünsche euch viel Spaß im Kino, ja? Ja. Dankeschön. Ja, grüß noch jemanden. Okay, aber du hast nur eine Person grüßen. Okay. Kilian Lamas. Okay, gut. Alles klar. Schönen Abend. Tschüss. So, Jungs. Was machen wir jetzt? Ich hatte irgendwie Stream-Sniper-Vibes von denen. Weil ich glaub nur von den einen, von den anderen nicht. Der wusste irgendwie, dass ich spiele und deswegen hat er gesagt, lass Squats machen. Aber die Runde, was das für ein Comeback war und Double Kill zum Spielgewinn ist auch geil. So ein Comeback. Das, das war geil. Double Kill zum Win. Ich hatte so viel Kills wie das ganze Trio. Ich hab einfach drei in meinen Rucksack gestopft. Ist doch geil. Die Runde war richtig geil. Das ist das Problem. Die Kandidaten waren okay. Ein bisschen Stream-Sniper-Vibes, aber die Runde war geil. Na, das ist doch aber wohl die Definition von dem Scheiß Mike. Hallo? Hallo. Alter, rauscht das. Was ist denn da los? Hallo. Okay, jetzt geht's. Bist du cool? Ob ich cool bin? Also ob du legit bist oder ob du halt ein Stream-Sniper bist. Warte mal. Warte mal. Jetzt schlechte Schauspiel-Künste bitte hier einfügen. Nee, Digga. Du bist auf gar keinen Fall Trimax. Okay. Wieso sollte Trimax Mike Käfer heißen oder Mentor 99? Wieso solltest du Count Document heißen? Oha, du bist es wirklich. Hä? Alles ob. Hä? Digga. Lol. Nee. Lol. Wo landen wir? Vor Tilted? Let's go. Seid ihr Duomates? Nee. Oha, ich schwöre es dir. Was? Okay, dann glaube ich dir. So, ich hab grad gesehen, Digga. Der streamt einfach. Geil. Ich hab zuerst gedacht, es war ein Soundboard zu 100%. Klar. Lass hier landen, ablooten und dann Tilted rein. Und dann, das ist geil. Hier ist auch immer der Tresorraum. Der macht, der ist immer super OP. Ja, warte. Der ist direkt Tresorraum. Okay, der ist backgeriftet. Ja, auf jeden Fall. Hä, wieso heißt der so? In dem Tresorraum. Das ist mein, äh, Arena Account. Damit ich bisschen undercover bin. Ach so. Okay, nice. Stimmt. Aber, wie hast du mich so schnell erkannt? Ähm, ich hab tatsächlich grad bis eben gedacht, bis wir im Bus waren, dass du irgendwie ein Faker wärst. Also, also. Keine Ahnung. Ich hab jetzt, ich hab jetzt kurz ins Stream halt geguckt. Jaja. Aber, ja. Okay. Brauchst du ne Waffe oder sowas? Ja komm, hier warte mal. Du bist gut mit Sniper. Ich hab schon ne goldene Sniper. Boah. Geh weg mit der grünen. Grüne Sniper. Kann das ja nur ne gute Runde werden, wenn du ne guten Sniper hast? Ja, das stimmt. Nice. Bin leider noch nicht so eingespielt. Ja, kein Problem. Ich schon. Ah, der ist doch gut. Boah, die dann ne Pump. Ah ne. Oh, das ist gut. Ja, Sniper. Oh, das ist auch. Entspannend. Ist das irgendwo gut? Ähm, hier liegt ein Minion und Bigel für dich. Headshot, hab einen. Einer ist da down. Nice. Bin sie finischen. Hit. Push, push. Also schieß mal ruhig drauf. Ähm, ich rifte da hin. Schieß weiter, das ist geil. Das ist richtig gut. Schieß weiter, schieß weiter. Habe ihn gefinisht. Sehr gut. Alter, wie gut. Das ist doch ein geiler Start. White. Mate ist der one hit. White. Habe ihn. Alter, was ein geiler Start. Eigentlich wollte ich Tilted angreifen, aber dann habe ich den Typen hinten einfach in den Kopf geschossen mit der Sniper, mit der goldenen. Der ärgert sich bestimmt. Eigentlich stört man ja nicht von dem One-Shot von der Sniper. Das ist, also ich finde das echt schon ziemlich frech, dass sie keine 200 Headshots mehr machen. Ja, aber das wird zu stark. War zu stark fandest du davor? Ja, bei mir ist noch einer. Ja. Ja, Stefan, du läufst irgendwo einfach rum, dann knallst und ist das Spiel vorbei für dich. Ja, okay. Also das Ding ist, wenn man zum Beispiel irgendwo steht und irgendwie schießt und sich nicht einbaut, dann hat man es halt schlecht gemacht, weil man sich halt nicht eingebaut hat. Aber ja, stimmt. Ja, aber man kann auch so einen Lucky Shot treffen. Habe man ja auch in vielen Fortnite-Turnieren gesehen. Leute einfach hoch, sprintest eine Schräge und kriegst dann irgendwo einen Late-Game-Snipe und bist einfach tot. Dann ist es für dich vorbei. Ja, ja, ja. Das tut auch schon weh. Ja, auf jeden Fall. Und eine 198er, ja, welche Farbe? Gila. Die nehme ich. Jawoll. Wo ist die? Ach, da hinten erst. Kannst du die mitnehmen? Ich kann mal gucken. Ich habe noch keine Pump, dann könnte ich die theoretisch mitnehmen. Ja, ich hatte eben da bei dem Tresor irgendwo, da hatte ich einen Mini und Biggie getroppt. Ich weiß nicht, ob du die schon geholt hattest. Mini und Biggie? Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe Klombeeren gefunden. Ich habe auch keine Leute gesucht, ne? Ich habe dir mal die Pistole mitgenommen. Sauber. Danke. Hat jemand irgendwo eine Pump gesehen oder eine Take oder sowas? Ich habe auch keine Pump. Ich habe keine Pump einfach. Scheiße. Nicht schön. Schön ein paar Mets mitnehmen. Auf jeden Fall. Hier sind noch Minis. Die nehme ich mit. Ich würde hier vorne mal, ähm, hier ist noch so ein Haus. Da sind ein paar Kisten. Habe ich noch mal einen. Lass mitnehmen, lass mitnehmen. Das ist doch ein geiler Start. Hälfte lebt noch. Gehen wir mal in die Runde, äh, bekommt ihr beide 50 Tacken. Ist das fein für euch? Ja, auf jeden Fall. Cool. Wie laufen die Runden heute schon so? Einen Win habe ich schon. Äh, ja. Ja. Das ist glaube ich. Wie lange spielst du heute? Äh, wie lange, äh, das ist vielleicht die vierte Runde? Hier ist ein Mini und ein Biggie. Ja. Das ist halt gut. Ja, ja. Äh, ich könnte vielleicht... Biggie oder sowas. Ich habe immer noch keine... Ja, Mentor 99 braucht beides. Hau dir das rein. Ja, danke. Ja, wie gut seid ihr? Boah, gerade weil ich übel in einem Würst bin, wahrscheinlich nicht so gut, aber... Ja. Ich bin auch nicht so. Alter, mein kleiner Bruder zockt immer so. Ich zock nicht auf das weg. Haha, geil. Vielleicht so eine 7 oder sowas von 10. Okay, cool. Äh, Reboot hier vorne. Ping mal den Reboot-Van. Oh, schade. Da steht den da am Bus. Ich hab ihn. Was? Wie gut? Ja, mate konnte er nicht mehr rebooten. Alter, let's go! Boah, der hat... Oh mein Gott, der hat einen goldenen Granatwerfer. Oh, let's go. Ähm, will ihn jemand mitnehmen? Weil... Ich hab schon die goldene Sniper. Ja. Super. Mach schon das. Jawohl. Die Würmchen Glas. Nein, das war ich Mini-Sniper. Minis, ja? Ich hab'n Schildspringer. Ein Mini? Ja, dann nicht. Achso. Schildspringer, klar, wollen wir das nicht einsetzen. Ne, ne. Okay, jetzt Richtung Tilted wieder, ne? Ja, können wir machen. Ich angle hier kurz vorne, vielleicht ist da nochmal was für dich. Irgendwie, keine Ahnung, Schildfische oder so. Vielleicht auch ne goldene AK. Das wär's natürlich auch. Ja, hier ist ne Qualle für dich. Kannst nicht voll machen. Stark. Ja, lass auf jeden Fall... Oh, auf mich wird gesnipet. Oh ja. Die meinen's ernst? Hä? Ich glaube, der Freund hat... Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ja, sehr gut. Hä? Hast du mal den MP grad genommen, Mentor? Warte, ich vergattne mich. Der Scrapped. Ja. Das war ein Bots. Wie geil. Nice. Warte mal. Aha. Aha. Hört euch doppelt, wenn ich ein Migrant hab, ne? Nö. Nö, nö. Alles gut. Okay. Das krieg ich als Anfragen. Sehr, sehr gut. Keine Ahnung, wie ich das ausmache. Ah, das weiß keiner so richtig. Hat keiner von euch Eier am Ende büsten? Weil ich hab nur zum Nachhinein. Also, ich habe 430 Schuss. Magst du was haben? Ja, bitte. Danke. Ja, danke, danke, danke. Okay, weiter geht's. So viele Leute leben nicht mehr. Wir könnten's packen. Wir werden's schaffen. Safe? Jo. Immer und... Scheiße. Oh, doch nicht. Kein Gegner, nur ein Rabe. Glück gehabt. Na, okay. Schön viel Metz-Farm, ja? Ja, ja. Bin grad schon die ganze Idee am Schuften. Gut. Links sind Schüsse. Wollen wir Third-Party'n? Ähm... Oh ja, da sind die... Ich weiß nicht, das halt ein bisschen außerhalb von der Zone. Stimmt. War so ein Süßchen. Also, wir können eigentlich hier chillen beim Haus das Perfekte oder so und die abfangen. Oder hier im... Busch? Ah, einer ist geriftet. Der ist sehr low. Wo ist der? Wo ist der? Ah, da ich sehen. Ja. Den müssen wir uns aber holen. Das ist unser Loot, den er hat. Der ist free, der ist alleine und schwach. Weil ich muss von hinten auch haben. Naja. Nicht, dass gleich nochmal welche kommen. Seht ihr den grad? Leider gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der rebooten will. Stimmt. Pass auf, Mentor. Ja, ich komm zurück. Hm. Hier ist Spider-Man irgendwo bei mir. Oh ja, ich seh's auch jetzt. Ah, da ist er. Was ist der? Der geht außerhalb der Zone, hinterm Berg. Alter. Happer in der vorne. Stark. Hab einen Kill bekommen. Let's go. Was machen wir jetzt? Spend. Ich hab was machen vom Ausgestillen. Ähm. Können eigentlich erstmal noch ein bisschen chillen. Ähm. Vorne im Wasser sind welche. Da wird drauf gesnipet. Hast du ein bisschen Pompon? Oh, hier ist ein Gegner vor mir. Ja. Ja, ja. Ja. Jetzt ist er gerade frisch hochgebaut. 50 Meter von mir. Direkt neben mir. Ja, pass auf, pass auf. Ich hab dieses Rocker-Pringler. Sind zwei Stück. Nöndestens. Der Granatwerfer ist huge. Ich hau mir Minis rein. Hab einen Sniper-Head gegeben. Nochmal ein I-Head. Einer ist komplett low. Einer hat Headshot kassiert. Nice. Äh. Die geben sich gerade einen Schild-Springer. Äh. Macht hinter euch zu. Nicht, dass ihr von hinten noch gelasert wird. Smart. Einer sneakt sich hier gerade ein bisschen weg. Hat er vielleicht Minion? Ops. Ey. Der nervt. Die nerven. Die müssen wir töten. Ey. Warte. Kommt mal her. Ich mach Schild-Springer. Einer ist neben uns. Ja komm. Komm mal runter. Oh Gott. Der ist über uns direkt. Wow. In mir drin. Oh mein Gott. Also der eine ist ein gigantisch sweaty. Ja. Auf jeden Fall. Ah fuck. Die sind komplett verschwitzt. Was soll ich machen? Ich würde durchziehen. Die sind wirklich sehr verschwitzt. Da vorne ist ein Rift. Rechts von dir. Du kannst wegriften. Pass auf. Über dir. Oh oh. 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 Nein. Ey guck mal Trimix. Da vorne ist ein Rift. Jetzt kannst du nehmen. Sicher? Ja du kannst einfach backriften. Überlebe ich das jetzt noch? Ja. Jetzt nicht. Was? Ey, warum sind das so viele? Hä, waren nicht drei down? Vier down? Das war eine übelste Third Party. Scheiß, das waren zwei ganze Trios. Ey, war geil mit euch zu zocken. Nice Runde trotzdem. Ja auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ey, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja? Ja, dir auch. Alles klar, haut rein, tschüss. Ciao. Ciao.